Hey, was soll denn das, Kinder? Wollt ihr mich teilen? Hey! Außerdem geht's doch hier nur um eine Pizza, Kinder. Nein, nein, hier wird sich nicht geprügelt. Jetzt wird Onkel Charlie euch mal was übers Teilen erzählen. Was mein ist dein, was dein ist mein, was du verschenkst, kommt mehr als doppelt rein. Na, kommt, sing mit. Was mein ist dein, was dein. Hey, gebt sofort die Pizza her. Wollt ihr wohl aufhören? So was gehört sich nicht, ihr sollt euch nicht prügeln. Ob du nun schon groß, ob du noch klein, du bist beliebt, frisst du nicht nur allein. Was mein ist dein, was dein ist mein, was du verschenkst, kommt mehr als doppelt rein. Gefreut man sich zu klein, ob du nun schon groß, ob du noch klein, du bist beliebt, frisst du nicht nur allein. Frisst du nicht nur allein, frisst du nicht nur allein, der gern teilt und es nicht selber frisst.